Service Mashes sind eine sehr interessante Infrastruktur, Microservices-Systeme laufen zu lassen und am Freitag wollen wir uns ein Beispiel angucken, Linkerdie, mit konkreten Demos und dazu habe ich meine Kollegin Hanna eingeladen. Hanna, möchtest du dich kurz vorstellen? Na klar, mein Name ist Hanna Prinz, ich bin Consultant bei InnoQ und ich beschäftige mich schon seit ungefähr zwei Jahren mit dem Thema Service Mesh und vor allem auch mit Linkerdie, weil ich denke, dass das eine interessante, nicht so bekannte Technologie ist und ich freue mich auf den Stream. Genau, also Freitag, Linkerdie, Service Mashes tatsächlich mit richtigen Demos, die ihr dann zu Hause auch nachkochen könnt.